Hallo und grüß dich aus der Schweiz. Heute gibt's was leckeres zum essen und zwar machen wir Ofengemüse und Hähnchen Gordon Bleu mit Schweizer Käse, der Apicella Käse und dies wird dann umwickelt mit feinem Speck angebraten, danach auch mit in den Backofen gemacht. Lassen wir uns beginnen mit den Zutaten. Ich habe hier mal einen Brokkoli, dann habe ich Lauchzwiebeln, dann habe ich Kohlrabis, Pemperoni, Aubergine, Zucchini oder Zucchini, ein paar Karotten, leckerische Tomaten, Mais und zu den Kräutern, die ich einfach gerne drauf lege, weil ich gerne frische Kräuter habe, ist hier mal Schnittlauch, hier haben wir Peterlin oder Petersilie und was gar nicht fehlen darf, ist auf jeden Fall der Rosmarin, der gehört einfach dazu zu Ofengemüse. So, wir sehen uns wieder, wenn alles geschnippelt ist. Wir sehen uns jetzt erst seit drei Jahren. Wir sehen uns süática aus dem Egyptalen, den Parteilie grünen, den auf der ausgang brings. Wir sehen uns jetzt, dass er noch in den letzten Jahren funktioniert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020